Was ist der strategische Markt von Energy International? Energy Deutschland ist vor allem der strategische Markt von Energy International. Warum? Weil vor allem der Deutschlandmarkt ist vor allem der führende PV-Markt, also der Solarmarkt weltweit. Wir wissen, dass im letzten Jahr 2018 der gesamte Markt sich sehr stark entwickelt hat. Und im Jahr 2018 wurden schon knapp 3 Gigawatt neue Solaranlagen installiert. Und das spricht eine Steigerung von knapp 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ja Wahnsinn. Und laut Prognose von dem Fraunhofer-Institut wird bis zum 2050 in Deutschland insgesamt 150 bis zu 200 Gigawatt Gesamtsolaranlagen werden dann neu installiert. Das spricht im Jahr im Durchschnitt 4 bis 5 Gigawatt. Das ist einfach ein großes Potenzial für Energy. Das ist vor allem das. Und zweiter Punkt, dass in Deutschland die Deutschen streben nach technologischer Perfektion. Alle innovativen Technologien und auch energiesparenden Sachen, die haben einfach großes Interesse daran. Das ist eine wichtige Basis für uns. Und vor allem will Energy in den Bereich von Mobil-Energy gehen. Und das ist wichtig. Ich nehme auch ein paar Beispiele, dass in Deutschland es gibt, die machen sehr gerne Camping. In Deutschland alleine gibt es über 2.000 Campingshöfe. Also insgesamt im Jahr gibt es über 31 Millionen Campingsübernachtungen. Und alleine dieser Campingsmarkt beträgt knapp 3,3 Milliarden Euro. Und da wollen wir hin. Ja, Energy bietet ja Mobil-Energy-Produkte und passt gerade zu dem Markt. Und was noch wichtig für Deutschland wäre, dass in Deutschland gibt es über 19 Millionen Schrebergarten. Wir können auch Sommergarten sagen. Das heißt, die Leute machen irgendwas Spaß in den Gärten. Und plus normalen Haushaltsgärten sind nochmal 16 Millionen. Das heißt insgesamt gibt es hier über 35 Millionen Gärten. Und dann in dem Garten, die Leute machen viele Sachen. Ja, vor allem sind unsere Solarschirme ein großer Bedarf für den. Deswegen, wir sehen, Deutschland ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Markt und ein strategischer Markt für Energy weltweit. Ich würde gerne sagen, dass fast alle unsere Produkte, Energy-Produkte sind passend zu dem deutschen Markt. Ich nehme nur Beispiele. Also eben gerade habe ich auch ein paar Zahlen genannt, dass diese Mobil-Energy, diese Handpepper und Handrucksack und auch Solarschirm. Ja, wir haben gerade kurz vor der Messe, haben wir einen Rahmenvertrag mit der besten deutschen Rucksackmarke, haben wir mit dem abgeschlossen. Und wir werden gemeinsam einen super perfekten Solar-Rucksack entwickeln. Und dieser dient natürlich nicht nur den deutschen Konsumkunden, sondern auch weltweit. Ja, und auch mit den Top-Herstellern, so einen Schirm, Bahama, haben wir auch gerade einen Vertrag abgeschlossen. Und da werden wir auch hochqualitative Schirmprodukte zusammen herstellen, also Design entwerfen, produzieren und dann weltweit Kunden bedienen. Und das ist natürlich und vor allem auch diese anderen Handstraße, Solar-Solar, Hand-Road und Hand-Teil, Solar-Ziegel, ist auch großes Potenzial. Warum? Weil, wie gesagt, in Deutschland Haushalte, es gibt über 16 Millionen Normalhauseinfamilien Häuser. Und in jedem so einem Haus, es gibt Terrasse und die brauchen Terrasse, Platte und unsere Solar-Road. Das ist eine super Lösung für den. Und das ist Solar-Road und auch diese Ziegel. Ziegel, wir müssen unsere Hand-Teil nicht als ein Einzelprodukt sehen, sondern wir müssen das als eine komplette Lösung dem Kunden anbieten. Weil, wenn man einen normalen Haushalt Dach neu machen lassen, das kostet so wie so über 30.000 Euro. Mit unserem Solar-Ziegel kostet es ein bisschen höher, aber das ist ein System, das letztendlich, wenn das fertig gebaut ist, das bringt man also wie Cashflow. Das fliegt jede Minute Geld rein, wenn die Sonne da ist. Und deswegen von meiner Seite, von mir persönlich, und auch vom Heinergy Deutschland Team, wir sind davon überzeugt, diese Produkte, die wir jetzt anbieten, wir werden mit allem eine große Zukunft in Deutschland schaffen. Das ist mit einem solchen kleinen Schott-Leug und Schott-Leug. Schott-Leug.